hallo hier ist der martin von money monkeys das ist die dax-analyse für nun mittwoch den 16. juni 2021 und unser dax befindet sich weiterhin auf sehr sehr hohem niveau und genießt offenbar einfach nur die aussicht denn viel getan hatte nicht zum dienstag wir hatten darüber gesprochen dass er dienstags ganz gerne hier noch mal drunter zieht das dafür die 600 ideal wäre und so weiter und so fort das aber natürlich mit dem aufwärtstrend im nacken mit dem auftreten vom armen da auch gewissermaßen ein kleines risiko hat oben durchzugehen dass er dafür aber 37 57 87 überwinden muss 87 war so die letzte rede wo ich so gesagt habe da ist wirklich meine schmerzgrenze alles was drüber geht werde für mich ganz klar long um sich abzustoßen wäre das letzte schmerzrille also das herz ist schon viel mühe gegeben zum dienstag die leute hier ein bisschen zu kleben da hat er bestimmt oben einige long reingeloggt dann unten short dann wieder rein und zurück also das wirkte für mich eher wie ein wie ein selbstbeschäftigungstag einfach die leute ein bisschen einfach geschichtet hat halten ein bisschen die kurzfristigen trader dorthin und her getragen hat er hat es gibt zum vortag dazu gemacht das ist immer so ein punkt wo ich sage also eigentlich in einem aufwärtstrend ist es pflicht aufwärtstrend offen zu lassen um druck nach oben zu entfalten den dem verweigert er nach wie vor verkauft die neuen hoch er nimmt die aufwärts gäbe es nicht anders macht er schon seit monaten eigentlich also ich weiß nicht wie oft das schon erzählt habe da war noch november oder so also da das haben wir da haben wir wirklich schon ganz lange darüber gesprochen dass dieses verhalten eigentlich typisch ist für ein aufwärtstrend ein bisschen zeigt auch dass oben raus kurz gehalten wird aber wird halt nicht runter gelassen wird immer wieder fixiert und stabilisiert und hochgekauft aber ohne dass richtig hier druck und kaufpanik aufkommt ja und irgendwann wird dann natürlich auch das saft ein bisschen dünner das sieht man zunehmend aber vorsicht das haben wir die letzten noch immer mal wieder gehabt dass es zu tage war gab die total gering untersetztes volumen hatten wer dann die hände zusammengeschlagen hat und sich gesagt hat oh mein gott war hilfe was ist das denn jetzt hier reiß aus und geh weg der worte meistens dann relativ kurz später auch immer gleich wieder von volatilität überrascht und nicht häufig kam dann eben donnerstag freitag der mittwoch nicht immer der bekannteste jetzt dafür gewesen wobei ich glaube das war ein mittwoch gewesen hier wenn ich mich täusche donnerstag und freitag hoch genau doch das war ein mittwoch aber ja donnerstag ist der ist der tag der für mich für die woche ein bisschen im fokus steht das ist der tag vor dem verfall da haben wir regulär eigentlich immer die meiste bewegung noch mal drin und dann sucht sich meist der markt nach dem verfall eben auch gerne mal neue trends deswegen ist das für uns sehr wichtig den bereich zu beobachten wir sind am freitag schon mal am sonntag schon mal drauf eingegangen für das video für montag und ich sag mal die woche haben wir schon mal gesagt die die der verfall an sich abrechnungsniveau und so gucken wir uns besser nicht an das ist oft einfach ja es hilft einem nicht es lockt einem viel zu oft in die falsche richtung und dann verkennt man die markensignale aber wichtig ist dass der verfallstermin als solcher halt ganz gerne immer mal wieder ein wendepunkt im chart ist und dass wir deswegen vielleicht zum donnerstag noch mal einen schönen ausschlag geben könnten wir haben schon am sonntag darüber gesprochen dass der gegebenenfalls auch nach nach oben passieren kann ich hatte euch da aus 2018 im juni im maßen beispiel gezeigt was mir noch so ganz markant im ohr war das war auch der juni verfall und da hat es auch den dax einfach zum verfall dann nach ewigen geschiebe oben an den allzeithochs wenn wir noch mal zwei 300 punkte hochgesetzt und dann ist er ist ja richtig da ist 2000 punkte nach hinten weggerutscht danach halt und das sollte man einfach so ein bisschen mit dem kopf behalten diese verkeilung im kopf behalten aber ich glaube dass hier das da gibt es sind keine neuen signale halt was da was soll ich euch da länger jetzt hier mit beschäftigten fakt ist so über 7 oberhalb von 780 wird es zum mittwoch ein bisschen fluffiger das heißt es wird ihm leichter fallen dann in die 840 860 hier rein zu laufen das wäre dann eben die die verkeilungs linie brichtete die nach oben geht die 49 auf und auch 16.000 und mehr da sollte man auf jeden fall aufpassen es hat der eine oder andere hat jetzt immer mal wieder gefragt martin warum stellst du dann jetzt keine neuen k.o. scheine rein wenn der k.o. schein den du unten unter youtube kommentare schreibst doch da oben im gefährdeten bereich der einfach die antwort ist relativ klar weil die scheine für abwärtsstrecken sind ja solange wir jetzt hier nicht wirklich ein signal kriegen brauchen wir eigentlich keine scheine für abwärtsstrecken weil ein schein mit weiteren so bloß letztendlich weiter oben schützt uns schützt uns jetzt was wir haben jetzt hier einen schein drin hat jetzt hier ist okay der ist jetzt dann stand hier nicht gefährdet was macht das jetzt für einen sinn stand hier jetzt einfach einen höheren schein zu nehmen machte keinen sinn jetzt macht das sind hier oben vielleicht nach einem short produkte suchen was höher abgesichert ist wenn dann hier sind verkaufssignale kommen wenn hier die verkaufssignale kommen reicht ja vollkommen aus aber auf der bewegung oben raus muss man nicht short rein handeln das heißt eigentlich braucht man das produkt nicht und deswegen steht es auch noch nicht drin das ist natürlich auch ein bisschen weil ich kenne die pappenheimer von mir die 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 sehen dass dann langsam hier kommen und dann schichten sie von dem einen schrott in den anderen um und das ist ja genau das was man nicht machen soll halt also dass irgendwelche verlusten hinterher traten das funktioniert einfach nicht das kostet auf dauer noch geld und das vielleicht als kurze antwort dazu nebenbei gelegenheit auf jeden fall wieder scheine rein sollte das also für den donnerstag soll sollte der so aussehen wie erst macht dann donnerstag lang oben raus würde ich auf jeden fall dann noch einen entscheidenden mit raussuchen was mit reinhängen können aber punkt ich glaube ihr habt es verstanden also die dinge sind natürlich nicht dazu darum hier eine steigende bewegung gegen zu hauen punkt fertig aus unterhalb würde ich sagen macht man hier hier könnte man machen 600 630 markieren hervorheben wenn da einmal drauf rumst die kann supporten kann ganz gut klappen das wäre attraktiv zu zeichnen und den kümmer eigentlich hochziehen ich glaube wenn er die volumenzonen hier diese dieses da die die diesen bereich der hohen umsetzen wenn er den ja nach unten bricht glaube dann geht der baden das könnte man daher hier noch ein bisschen ausweiten das wäre dann die angesprochene keilauflösung geht natürlich noch tiefer das wäre station 1 hier geht er in den bereich haben auch am sonntag schon drüber gesprochen wollen die zu tief reingehen aber ich würde euch hier irgendwas noch mitgeben was man jetzt vielleicht zum mittwoch nutzen kann aber das wird das zu kleinteilig dann müssen wir nicht auf kleinere zeiteinheit gehen also ihr seht es hier oben ja hier stößt so ein bisschen die die 15.800 von oben runter wäre denkbar dass er sich da einfach noch mal einen schlag auf dem hinterkopf abholt eine nacken stelle noch mal wieder zurück auf 57 von dort das wäre zum mittwoch trade bar im typo wäre auch wenn er unter die 700 weg drop dann könnte ich mir vorstellen dass er eben hier an die 670 geht und er sogar an die 635 600 also bleibt weiterhin offen das haben wir schon ein paar mal erwähnt aufgeschoben ist dann nicht aufgehoben oder jedoch aufgeschoben ja das was ich sagen will das steht noch aus es kann auch kommen wird er auch gut rein passen mit diesen hätten wir jetzt befallende hoch sind jetzt befallende tiefs etwa auf gleicher steigungswinkel wäre dann auch ein schöner abc für den fall er will dann doch noch mal da oben beschleunigen zum donnerstag das wird eigentlich ganz gut reinpassen aber dann muss du zum mittwoch halt auch wirklich ein bisschen nach unten los spucken halten also ich brauche unter 7 15 unter 700 wenn er das macht dann ist es okay dann darf er auch 603 635 600 vorher nicht zu große trades starten dafür hatte zu kleinen kleinen schwankungsbereich und wie gesagt überall von 87 800 ein bisschen aufpassen eröffnet sich dann nach oben eben hier an die 840 860 passt mir waren 800 auf die stößt das bollinger band eben rein an sowas entstehen schnell so in wörter hammer also dann haben wir der auf dem kopf steht ein ganz kleiner kerzen körper den ziemlich lang lang dort oben raus stellt so was sieht man relativ häufig an seiner stelle sieht man irgendwo hier links irgendwo so eine kerze die ich euch mal im vergleich zeigen könnte natürlich nicht aber also so in die richtung wie das hier bloß einmal gespiegelt sowas entsteht ganz gerne an so einem bereich deswegen würde ich da ein bisschen aufpassen in dem bereich um die um die 15.800 wäre sogar eine kleine short marker aber du musst auch ein bisschen zucken da muss ein bisschen zappeln da würde ich mich per limit einfach dagegen stellen weil dann werden wir das risiko zu hoch dass jetzt direkt an die 840 860 hoch läuft aber das wäre eine kleine schöne marke und eben hier unter 7 15 700 hätte er eben zum platz noch mal auf die 67 und er auf die 670 und dann eben auch seiner seine englische zielzonen hier unten die 635 600 von dort schon noch mal stabilisierung und chance in donnerstag rein dann dann hätten wir wieder das gleiche spiel wie die letzten wochen montag dienstag eher schwach mittwoch noch ein bisschen tiefer dann die donnerstag stabilisierung und aufdrehung und dann ab der verfall wieder das gleiche spiel wie sonst kennt er auch also von daher soweit noch stimmig aber eben ohne neue signal und von daher machen wir hier zu ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschö bis dahin tschö